Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber... Na gut, geh rein. Wirklich? Ich darf reingehen? Oh, Neptun, dass ich diesen Moment noch erleben darf. Ich, Swanschpop-Schwammkopf, bin hart genug für den salzigen Sputknopf. Das ist der glücklichste Tag in meinem Leben! Sandy? Oh, was ist denn passiert? Du bist reingerannt und auf einem Eiswürfel ausgerutscht.